Hallo, heute erstellen wir ein Lyra Attribut Set, hoffentlich in fünf Minuten. Wir haben eine kleine Voraussetzung, deswegen gehen wir hier einfach mal in unser Projekt rein, gehen unter Edits in die Plugins und schauen uns hier unter den Game Features unser Projekt an. Da seht ihr die Liste der Dependencies, also der Abhängigkeiten und schaut, dass da auf jeden Fall die Gameplay Abilities mit drin sind. Wir müssen heute ein bisschen was in Visual Studio machen, ganz einfach, weil wir das Attribut Set nicht hinkriegen in Blueprints. Wir müssen zumindest ein bisschen Copy-Past machen, richtig programmieren tun wir wie immer nicht und schauen uns das mal an. So, schauen wir erstmal gerade, ich nehme einfach das da, das Vollbild, an, wie die Attribute aussehen, wenn ihr gar nichts sonst macht. Wir nehmen uns jetzt ein paar Fähigkeiten, dann gehen wir in den Debug-Modus, schauen uns die Abilities an und hier seht ihr links ein bisschen Klein-Health, Max-Health-Healing, diese kommen automatisch mit Lyra mit. Jeder Charakter hat die tatsächlich automatisch, der Ability-System hat und wir überlegen uns, wie können wir die erweitern, denn wir wollen da natürlich ganz andere und viel, viel mehr haben. So, wenn ich Attribut-Sette hätte, dann könnte ich sie hier entsprechend mit ansetzen unter Granded Attributes. Ihr seht hier, ein paar sind vorgegeben, die werdet ihr aber nicht als Blueprints irgendwo finden, und die sind alle in C++ definiert. Deswegen ist es das tatsächlich, was wir heute auch machen müssen. Wir werden aber, wie gesagt, Generatoren und wirklich Copy-Past-Code nehmen, wir müssen selber nichts programmieren, wie immer hier. Wir sagen also hier unter Tools neue C++-Klasse, wir sagen einfach None, wir brauchen keine Parent-Klasse hier, das machen wir später. Wichtig ist, dass wir hier unsere Extension, unsere Runtime auswählen und hier gehen wir auf Public, und dann seht ihr hier, wir haben ein Public und ein Private-Folder und dann geben wir dem Ganzen einen Namen und den Namen müssen wir uns merken später, denn den brauchen wir, wenn wir unseren Code automatisch generieren. Hier kriegt ihr mal zwei Dateien, eine Punkt H, eine Punkt C++-Datei. Die Punkt H-Datei ist, sagen wir mal, die Public, die die Methoden definiert und die C++-Datei, die implementiert die Methoden, aber auch das brauchen wir nicht wirklich, wir Copy-Pasten hier. Wenn ihr dann in Visual Studio, das sollte sich automatisch öffnen hinten dran, da passiert eine ganze Menge einfach, da werden diese zwei Dateien generiert, Visual Studio beschwert sich dann, dass irgendwas neu ist und wieder neu geladen werden. Hier geht so ein Fenster auf, wo eine Kompilierung innerhalb von Lyra schon erfolgt, mit ein bisschen Glück sollte die auch grün sein, und dann schließen wir einfach Visual Studio und gehen unter Tools und updaten einfach nochmal die entsprechenden Visual Studio-Dateien, damit es aktuell ist, und dann schließen wir Unreal. So, wir starten nochmal Visual Studio und wollen hier jetzt unsere Klassen implementieren. Wenn ihr hier in euer Plugin geht, dann solltet ihr zwei neue Dateien sehen, und zwar einmal Attribute-Set-BA-Default-CPP und Punkt H. Punkt H ist immer die Definitionsdatei, CPP ist die Implementationsdatei, was drin steht, interessiert uns aber eigentlich erstmal nicht so richtig. Wichtig ist noch, wenn ihr in die Bastian Runtime Build geht, ganz unten dort, also eure Runtime Build-Plugin-Name, dann schaut, dass ihr diese Dependencies dort habt. Gameplay-Abilities, Gameplay-Tags, Lyra-Game, die müssen alle drin sein, denn sonst wird euer Kompilierungsvorgang wahrscheinlich schief gehen. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier vernünftige Klassen hin? Die sind ja falsch abgeleitet. Antwort ist, wir generieren einfach über diesen Attribut-Generator. Der Link ist hier unten in den Descriptions drin. Was wichtig ist, ist der Attribut-Set-Name, den wir eben gegeben haben, den brauchen wir genauso, sonst geht es schief. Das heißt, den kopiere ich jetzt einfach hier und setze ihn hier oben ein. Dann kann ich einen Kommentar hingeben, das sollte ich auch irgendwo, weil wir wollen wahrscheinlich sehr viel mehr Attribut-Sets erstellen. Und hier habe ich jetzt einfach mal wild irgendwelche Attribute reinkopiert. Das muss man nachher nochmal überlegen und ein bisschen intelligenter aufsetzen. Aber ihr könnt hier eigentlich nehmen, was ihr wollt und dann einfach hier auf diesen Generations-Button klicken. So, da werden dann einfach zwei Files generiert und die sollten tatsächlich auch schon so passen. Das heißt, ihr geht hier auf diesen kleinen Copy-Knopf, dann habt ihr hier die H-Datei und löscht einfach alles, was in eurer alten H-Datei ist und reinkopieren. Und ihr seht, jede von diesen verschiedenen Attributen kriegt dann irgendwelche Befehle, die uns auch wieder nicht interessieren. Erstmal hier, dann habe ich die C++-Datei, genau dasselbe. Ich gehe hier in meinen CPP, lösche und kopiere einfach alles ein. So, was drin steht, wie gesagt, das hier ist kein C++-Kurs, dafür geht der Zug Sysstol und Ähnlichem. Und entsprechend wollen wir das einfach erstellen. Hoffen, dass das durchläuft, wir sollten eine Erfolgsmeldung bekommen. Hier wird nur unser Plug-in-Modul erstellt, das heißt, das geht relativ schnell. Und das war es tatsächlich schon. Dann lasst uns einfach mal Unreal starten und dann schauen wir uns an, ob das Ganze was gebracht hat. So, ein bisschen beschleunigen hier. So, jetzt sind wir wieder in Unreal und wie gesagt, haben wir hier unsere In-Abilities, haben wir hier unsere Datei, die das Lira-Ability-Set definieren kann. Und hier kann ich eben auch Attribute definieren. Wenn ich jetzt mir die Liste anschaue, tatsächlich, hier habe ich Attribute-Set-B-A-Default. Das waren die Attribute, die wir eben definiert haben. Die sind schon da. Also einfach definieren, speichern und würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal aus. Und ich gehe wieder hier einfach rein, um das als Vollbild zu haben. So, hier ist unser kleiner Demo-Level. Wir rennen hier drüber, um unsere Abilities überhaupt zu bekommen. Und jetzt haben wir hier die Ability mit dem Demo-Menü oder mit dem Debuggen-Menü. Und jetzt schauen wir uns das an. Und tatsächlich, alle diese Attribute sind jetzt da als Liste. Und ja, sind ein bisschen viel, sind ein bisschen unsortiert. Das müssen wir uns jetzt noch mal überlegen. Wie kann ich das ein bisschen besser noch debuggen? Es gibt dieses Ability-System-Debug-Attribut und dann das Attribut nennen. Wenn ich das jetzt hier einfach mal eingebe, das kann ich auch für mehrere machen, die dann nach und nach gelistet werden, dann seht ihr hier in der Mitte, seht ihr jetzt hier Strength, System, Hunger. Das ist tatsächlich jetzt Gesetz und ich kann das dann entsprechend während des Gameplays mir auch debuggen und angucken. So, das ist jetzt einfach sehr grundlegend. Einfach nur die Frage, wie kann ich die schnell erzeugen? Jetzt haben die erstmal noch keinen Standardwert. Die sind halt auf 0. Zweitens weiß ich noch nicht richtig, wie ich die anspreche. Und das werden wir uns in den nächsten Teilen einfach mal anschauen. Aber das war ein guter Start. Dankeschön.